Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spannungsabbau zwischen Täter, Opfer und auch der Gesellschaft Gesellschaft in Storferstadt einbringen Gerade das ist wichtig für die Resozialisierung Die Adventsfeststellung, die Weihnacht als Fest von der Liebe und der Vergebung ist ein Angebot in dieser Richtung Ein gutes GATEA 2022 geht langsam zu Ende Der letzte Höhepunkt des GATEA ist eine Art Advents- und Weihnachtszeit wo wir uns alle darauf freuen Wer hat nicht Vorfreude auf Tannekrisik, Geschmack oder Kerzenlicht? Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! kreativen Stücke gemacht und hier in der Gärtnerei der Verkaufsräumlichkeiten jetzt parat gemacht, wo dann bis an den Weihnachten hier für das Publikum zur Verfügung steht. Auch zackstrierte Weihnachtstern sind viele Jahre ein Begriff für Qualität und Frische, präsentiert sich wieder in wunderbarer Qualität und Frische, das kennen Sie hier bei uns in den Verkaufsräumlichkeiten. 1. 2. 3. 6. 7. 8. 7. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020